Ich bin am Obermarkt angekommen, so ganz, ganz langsam, die Polizei muss uns mal grüßen, ja, das macht sie auch ordentlich, macht sie bei mir auch immer, wenn ich den Führerschein nicht dabei habe, mit 30 Euro, Herr Böhm, ich grüße Sie, 30 Euro. Na du, du hast ja das Geld auch schon in der Hand, oder? Ja, ja, ich bin auch schon. Dann möchte ich auf die Weihnachtsfeier ein bisschen was für beide reden, ja. Komm mal jetzt zu Lisa. Ich bin ja jetzt zu Kommunikation.